China hat die höchsten CO2-Emissionen weltweit. Das Land ist also der Klimakiller Nummer 1. Es ist aber nicht so, dass China nichts dagegen tun würde. China tut sogar sehr viel dagegen und investiert stark in Umwelttechnologie und in alternative Energien. Und das sind dort inzwischen auch riesige Sektoren. Und davon kann man auch als Anleger profitieren und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wenn es um Umweltschutz geht, dann hat China keinen besonders guten Ruf. Da haben die meisten Leute Bilder im Kopf natürlich mit den Großstädten, die im Smog sticken und die großen Industrieanlagen und die rauchenden Schlote selbstverständlich, die die Luft verpesten. Und man weiß natürlich auch, China ist inzwischen enorm groß, hat eine enorm große Wirtschaft und das geht eben auch einher mit einem hohen Energieverbrauch und mit hohen CO2-Emissionen. Hier haben wir eine Statistik für das Jahr 2018. Die ist von CNBC. Da sehen wir auch gleich die großen Klimakiller dieser Welt. Also ganz oben der größte Balken, das ist der Rest der Welt sozusagen. Das ist jetzt ganz logisch. Aber unter den einzelnen Ländern, da kommen eben die meisten CO2-Emissionen aus China. Und zwar mit Abstand. Und wir sehen auch, die chinesischen CO2-Emissionen sind schon fast doppelt so hoch wie die der USA. Die USA sind der zweitgrößte Klimasünder. Und dann kommt lang nichts mehr. Und dann kommen Indien, Russland, Japan und dann kommt Deutschland. Und die deutschen CO2-Emissionen, die sind im Vergleich zu den chinesischen jetzt beispielsweise ziemlich gering. Und das entmutigt viele Leute hier bei uns, die sich über das Klima Gedanken machen. Die sagen natürlich nicht ganz zu Unrecht, was sollen wir hier denn machen gegen den Klimawandel, solange es Länder gibt mit so einem CO2-Ausstoß wie China. Da fällt das, was wir tun, ja gar nicht ins Gewicht. Aber wie kommt China eigentlich dazu, dass es so viel CO2 ausstößt? Ist es denen egal oder was ist da der Grund? Der erste Grund, der sehr naheliegend ist, in China leben verdammt viele Leute. Es sind über 1,4 Milliarden Menschen. Das sind fast dreimal so viele Menschen wie in der EU leben. Also wirklich sehr viele. Man muss sich es eben doch immer wieder vor Augen halten. China ist ein sehr großes Land. Fast jeder fünfte Mensch auf der Welt wohnt in China. Dann das zweite. China ist immer noch sehr stark abhängig von Kohle. Von Kohle hat man immer genug gehabt in China, anders als Öl und anders als Gas. Und der Anteil von Kohle an der Stromproduktion zum Beispiel, der ist immer noch bei über 60%. Kohle wird aber in China auch in der Industrie noch stärker genutzt als bei uns. Und es wird auch noch sehr stark genutzt, ganz einfach zum Heizen. Und Kohle ist bekanntermaßen ein Energieträger mit einer besonders schlechten CO2-Bilanz. Und der dritte Grund, der fast der wichtigste ist, das ist das chinesische Wachstum, schlicht und einfach. 1990 war der Anteil Chinas an der globalen Produktion bei 3% und heute ist er bei über 25%. Das Ganze hat sich also verachtfacht. Und mehr Produktion heißt natürlich auch mehr Energieverbrauch. Und was bei dem Ganzen dann noch dazukommt, durch dieses Wachstum ist ja auch der Wohlstand in China gestiegen. Vor 30, 40 Jahren, da waren so gut wie alle Chinesen battle-arm. Und das ist heute aber nicht mehr so. Und die Chinesen haben aber natürlich genauso wie wir auch gerne eine warme Wohnung und würden auch gerne mal in Urlaub fahren, hätten auch ganz gerne ein Auto. Und das können sie sich jetzt teilweise eben auch leisten. Und auch dadurch haben wir einen starken CO2-Anstieg gehabt, durch diese Entwicklung. Aber China hat auch das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Auch China hat sich verpflichtet zur CO2-Reduzierung. Der Präsident Obama damals, der hat die Chinesen ja bekniet, dass sie da mitmachen. Die Chinesen haben erst mal gesagt, naja, vorsichtig hier mal. Bei euch ist es ja so, da kommt nach vier Jahren eine neue Regierung und dann ist das alles hinfällig. Aber wenn wir sowas versprechen, dann müssen wir uns auch dran halten. Und so ist es dann ja auch gekommen, tragischerweise irgendwie. Also die USA sind ja schon längst wieder raus aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und jetzt sind die Chinesen, unter anderem die Chinesen natürlich, jetzt sind die Chinesen die, die sagen, man muss sich doch an das Abkommen halten. Was hat China da zugesagt? China hat zugesagt, dass seine Emissionen ab 2030 zurückgehen sollen. Klingt jetzt erst mal nicht besonders toll, weil das ja auch heißt, bis 2030 dürfen sie noch steigen. Jetzt ist es aber so, der Punkt, wo die Wende kommt, wo der Rückgang kommen soll, der wird wahrscheinlich früher erreicht, vermutlich 2022, was schon sehr gut wäre. Und das zweite ist, wenn man das schafft, diese Reduzierung, dann wäre das im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und im Verhältnis zu den 90er Jahren schon eine Verringerung um 60 bis 65 Prozent. Und das ist schon sehr ordentlich. Und diese Zusage ist China auch nicht leicht gefallen. Und man muss auch sagen, sie arbeiten hart dran. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der Europäischen Investitionsbank und die sagt, dass in der Europäischen Union 2018 158 Milliarden Euro ausgegeben worden sind für Klimaschutz. Klingt nach sehr viel, das ist aber nur 1,2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und damit war die saubere, umweltfreundliche Europäische Union sogar noch hinter den USA. Da waren die Klimaschutzinvestitionen 1,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, also ein bisschen höher. China hat im gleichen Jahr 3,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt investiert in den Klimaschutz. Das ist im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt mehr als zweieinhalbfache wie in der Europäischen Union. Und das in einem Land, in dem das Durchschnittseinkommen deutlich niedriger ist. Und daran sieht man, wenn es ums Eingemachte geht, also nicht nur um Reden und Planen und so weiter, sondern wenn es wirklich darum geht, was wird an Geld investiert, dann tut China deutlich mehr als wir und nimmt diese Klimaschutzziele offenbar auch ernster. Was sind die Schwerpunkte beim Klimaschutz in China, die dann ja vielleicht auch für Anleger interessant sein könnten? Das Erste, an das man denkt, das ist natürlich alternative Energien. Da hat China eine Führungsposition, ganz speziell bei der Solarenergie. Das ist ja auch schon relativ bekannt. China ist der größte Produzent von Solarzellen. Es ist aber auch der größte Markt und zwar beides mit Abstand. Wir haben in China jetzt eine Solarstromkapazität von 200 Gigawatt Leistung. Das ist so viel, wie wir in Deutschland Kraftwerksleistung insgesamt haben. Also alle Kraftwerke und der Neuzubau an Solarenergie, der lag 2019 bei 30 Gigawatt. Und 30 Gigawatt sind auch schon fast zwei Drittel von dem, was in Deutschland an Solaranlagen insgesamt steht. Aus all den Jahren. Und das kam aber in China in einem einzigen Jahr neu dazu. Und 2019 war noch ein Jahr für den chinesischen Solarsektor, der eigentlich ratten schlecht war. Wir hatten nämlich einen Rückgang um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wir haben in China auch schon Jahre gehabt, da ist der Solarzubau gelegen bei 50 Gigawatt im Jahr. Es war letztes Jahr deutlich weniger. Liegt daran, die Solarzellen sind billiger geworden. Und jetzt müssen die chinesischen Solarparks ohne Subvention auskommen bei neu installierter Fläche. Das klappt noch nicht überall so und das verunsichert den Sektor auch. Der Sektor ist auch kein einfacher Sektor. Das haben viele Anleger sicherlich gemerkt. Da konnte man schon auch Geld verlieren. Peking hat seinen Solarsektor hochgepäppelt, ganz stark. Aber es nimmt ihn auch schon immer ganz schön ran, wie man jetzt ja auch wieder sieht. Es ist aber trotzdem ein interessanter Sektor, weil Solarstrom jetzt eben von den Produktionskosten her konkurrenzfähig geworden ist in fast allen Ländern. Und ich will Ihnen zu diesem Sektor auch ein paar Aktien vorstellen oder beziehungsweise ein Update zu solchen Aktien machen. Und zwar nächste Woche im Zukunfts-Märkte-Report. Da schauen wir uns vier chinesische Solar-Aktien an, mal ganz speziell und stellen uns da die Frage, wo stehen wir da heute? Ich habe jetzt gedacht zum Beispiel mal an die berühmte Yinko Solar-Aktie und dann haben wir Canadian Solar, auch ein interessanter chinesischer Solarwert. Dann gibt es noch einen Hersteller von Silizium aus China, der sehr günstig produziert, nämlich Darko New Energy. Und als Viertes schauen wir uns noch einen chinesischen Solarpark-Betreiber an. Da weiß ich aber noch nicht, welche Aktie. Das entscheiden wir dann noch. Und die Zukunfts-Märkte-Reports von uns, die sind natürlich gratis. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, wenn Sie die auch haben wollen, Sie müssen sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Also eintragen am besten gleich, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Dann können Sie mit dem nächsten Report das Solarthema wirklich mal vertiefen. Und der Link für die Reports von uns, der ist auch hier unter dem Beitrag. Das gleiche wie bei Solarenergie haben wir übrigens in China auch bei der Windenergie. Also auch da haben wir die größten Kapazitäten und auch da haben wir Jahr für Jahr den größten Kapazitätszubau in China. Das zweite große Klimaschutzthema in China, das ist das Elektroauto. Das ist ein Thema für sich, haben wir hier schon oft behandelt. Und es war eben auch 2019 wieder so, dass mehr als die Hälfte aller Elektroautos weltweit in China verkauft worden sind. China ist also nach wie vor der wichtigste Markt. Und China ist auch das Land, das für die Durchsetzung des Elektroautos am meisten getan hat bis jetzt. Bei uns haben wir Debatten und Diskussionen gehabt die letzten Jahre. Uns ist viel lamentiert worden. Passiert ist bei uns so gut wie nichts. Und dass wir jetzt auch so viele Elektroautomodelle haben oder bekommen werden, auch von unseren Autoherstellern. Und dass auch unsere Autokonzerne da jetzt massiv investieren, das kommt nicht zustande durch unser ökologisches Gewissen, sondern das ist zum größten Teil der Verdienst der Autopolitik in China. Die chinesische Politik hat der Autoindustrie das Elektroauto eingeprügelt. Und darum kommt es jetzt wahrscheinlich auch bei uns. Oder es kommt bei uns auch verstärkt. Für Anleger ist es natürlich ein großes Thema in den nächsten Jahren. Elektroautos an sich, dann natürlich die Batterien, die Batterierohstoffe. Und aber auch in diesen Sektoren ist es eben sehr wichtig in Zukunft, was in China passiert. Noch ein interessanter Bereich, der nicht so bekannt ist. Das ist das Thema Erdgas, Flüssiggas. Wie gesagt, China ist immer noch stark abhängig von Kohle. Aber China versucht, einen Teil der Kohlenutzung zu ersetzen durch Erdgas in den nächsten Jahren. Erdgas ist auch ein fossiler Energieträger, aber die CO2-Bilanz in der Erdgasverbrennung, die ist deutlich besser als die von Kohle. Und darum gibt es jetzt eine sehr große Kampagne, die Gas-zu-Gas-statt-Kohle-Kampagne für die Stromindustrie, für die chinesische Industrie insgesamt, aber auch eben für Gebäude, öffentliche Gebäude und die privaten Haushalte. Die sollen in Zukunft auch mit Gas heizen. Dafür wird das Pipeline-Netz massiv ausgebaut. Die Hafen-Terminals entsprechend werden ausgebaut. Es gibt ja auch die große Pipeline aus Russland momentan. Meiner Meinung nach wird der Gasverbrauch in China in den nächsten Jahren deutlich steigen. Und das ist ein Thema, das viele Anleger eigentlich nicht auf dem Schirm haben zurzeit. Weil ja die Gaspreise in letzter Zeit gefallen sind, Konjunktur beginnt, dadurch entstehen in dem Sektor meiner Meinung nach jetzt schon Chancen. Es ist also ein Sektor, den man in nächster Zeit, denke ich, beobachten sollte und ein Sektor, den meiner Meinung nach die Anleger auch zu wenig beachten. Vor allem, was den asiatischen Markt betrifft. Es gibt noch mehr Themen in dem Bereich, die sehr spannend sind. Und ich habe es auch schon mal erwähnt, dass zum Beispiel auch der Kohlesektor in China nicht uninteressant ist. Klingt jetzt ein bisschen absurd und widersprüchlich, aber ob man es jetzt gern hört oder nicht, Kohle wird in China trotz allem noch lange eine Rolle spielen. Es sind neue Kohlekraftwerke in Planung mit einer Kapazität von 120 Gigawatt. Damit werden natürlich auch ältere Kohlekraftwerke ersetzt. Die alten Dreckschleudern teilweise auch. Aber wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft in China eine Kohlestromkapazität haben von 1000 bis 1200 Gigawatt. Und insofern ist es ein bisschen merkwürdig, dass der Aktienmarkt den chinesischen Kohlesektor eigentlich schon abgeschrieben hat. Also wenn man sich die chinesischen Kohleaktien anschaut, dann hat man den Eindruck zumindest. Es gibt meiner Meinung nach da auch Unterbewertungen. Dann haben wir in China natürlich den Wasserkraftkomplex. Wir haben die Kernenergie, wir haben Wasserstoff, wir haben den Kläranlagenbau. Da muss sich auch viel tun und so weiter. Es gibt also jede Menge Energiethemen und Umweltthemen, mit denen sich eine Beschäftigung lohnen kann. Alles in allem, es ist auf jeden Fall für das Weltklima wichtig, was in China passiert. Das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Das gilt auch nicht nur allein für China, sondern es gilt auch für die Schwellenländer insgesamt. Ich glaube nicht, dass man den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen kann ohne die Schwellenländer. Was man aber leider auch sagen muss, die Forderungen, die da an die Schwellenländer manchmal herangetragen werden von den reichen Ländern, das ist schon auch ein bisschen zwiespältig, weil wir ja von denen gewissermaßen fordern, dass sie auf den Wohlstand, den wir schon haben, doch bitte verzichten sollen im Sinne auf das Klima. Also wir können uns schon Urlaubsreisen leisten. Wir fliegen schön nach Bali und Vietnam, aber dem Vietnamesen da, dem missgönnen wir letzten Endes, dass er irgendwann mal von seinem Moped umsteigt auf ein Auto. Oder Urwälder, weiteres Beispiel. Wir haben unsere Urwälder abgeholzt vor Jahrhunderten schon. Wir forsten da auch nicht mal großartig was auf. Aber die Schwellenländer sollen das nicht tun. Nur Palmöl und Soja, die dann auf den gerodeten Flächen angebaut werden, die hätten wir schon ganz gern und die hätten wir auch gerne möglichst billig. Da tut sich natürlich schon was, das eine oder andere in dem Bereich. Ich finde jetzt auch nicht gut, wenn die Regenwälder gerodet werden. Aber wir machen es uns da in vielerlei Hinsicht immer noch zu einfach. Und wo wir es uns auch sehr einfach machen, das ist die Industrieproduktion an sich. Also wie schon gesagt, Chinas, der Anteil an der globalen Produktion ist immens gestiegen. Haben wir hier als rote Linie. Dann Westeuropa gestrichelt grün, die USA blau, Japan die schwarze Linie. Da geht der Anteil an der Produktion, an der globalen überall stark zurück. Wir haben in den sogenannten Industrieländern eigentlich ja sogar eine starke Tendenz zur Deindustrialisierung teilweise. Und wenn jetzt aber bei uns nur noch die Kaffeemaschinen laufen in Büros, aber die Industrie ist ausgelagert zum Teil in andere Länder, vor allem Schwerindustrie beispielsweise, Dann ist es natürlich leicht, dass man auf die Länder, in die die Produktion hingegangen ist, mit dem Finger zeigt und sagt, das sind Klimasünder, weil bei uns ja die Emissionen fallen und bei denen steigen die Emissionen. Denn das Ganze ist natürlich zum Teil auch unsere Produktion, die nur jetzt woanders stattfindet. Aber für diese unsere Produktion sind wir natürlich schon noch zum Teil mitverantwortlich. Und es macht auch keinen Sinn, eine Klimapolitik zu machen, die die energieintensive Industrien bei uns wirklich vergrault, weil die Emissionen sind dann nämlich nicht weg, die sind nur woanders, so wie die Arbeitsplätze dann auch. Und so eine Politik ist nur dann klimafreundlich, wenn wir nicht nur auf diese Produktion verzichten, sondern auch auf den Konsum dieser Produktion. Aber das wird dann schon schwieriger, weil Verzichten haben wir noch nicht gelernt. Aber davon mal ganz abgesehen, also ich bezweifle auch immer noch relativ stark, dass dieser vielbeschworene Wandel bei uns zur Dienstleistungsgesellschaft, wo die Produktionsprozesse ausgelagert werden, woanders hin, ob das grundsätzlich so gut für uns ist, wie viele Leute sagen, ich bezweifle das stark, ich sehe es auf der anderen Seite persönlich aber auch sehr gelassen, weil mein Metier sind die Emerging Markets und das sind ja die Länder, in die die Produktion abwandert und zwar schon seit Jahren. Aber so oder so, Klimawandel ist ein globales Thema auf jeden Fall. Es sind große Herausforderungen da, die Lösungen sind nicht einfach. Auf der anderen Seite, es tut sich schon viel und es ist weltweit auch viel in Bewegung gekommen und es ist auf jeden Fall sicherlich ein Thema, das uns auch als Anleger noch viel beschäftigen wird die nächsten Jahre. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie das mit uns zusammen weiterverfolgen, melden Sie sich an auf dem Zukunftsmärkte-Kanal und wenn Sie sich anmelden, dann am besten immer gleich auch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie auch immer mit, wenn neue Beiträge da sind. Es gibt viele, viele spannende Themen zurzeit, vor allem mit Bezug zu den Schwellenländern, die man auch als Anleger jetzt nicht unbedingt ignorieren sollte in nächster Zeit. In diesem Sinne, bleiben Sie dran, viel Erfolg bei der Geldanlage, wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und Dankeschön natürlich fürs Zuschauen.